Jo, meine lieben Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen, die B9 Gamer ist wieder am Start und ja, wir zocken heute Argario. Und ja, ich würde sagen, das ist mein Account auf Argario. Ich bin schon Level 22, wie ihr seht. Ich habe seit über einem Jahr nicht mehr gezockt und ja, ich werde eben öfter da zocken, so aufnehmen und ja. Ähm, da gibt es gratis Münzenhocker erst in 10 Minuten und ich würde sagen, wir zocken jetzt. Also ich habe die Mobizen App jetzt noch nie verwendet und ja, ich bin auf Platz 72, wie ihr seht. Scheiße, ich bin gerade am Arsch, Gott, ich bin jetzt hinter mir. Und jetzt nicht mehr. Oh nein, da ist ein großes Hot Talk. Müssen wir schnell weggehen. Weggehen. Das sei. Ah, komm. Habe ich jetzt zwei. Magma hat die Kliche Kwest. Das ist ja gut. Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, sorry, dass ich nicht so viel rede, aber ja, es soll jetzt einfach mal so sein, weil ich habe ja ein neues Handy, eben das Samsung A3 oder Galaxy A3, ich weiß nicht, wie es heißt. Und ja, ich habe Crash Bandicoot, Unboxing muss ich glaube ich auch hochladen und ein paar Wien-Trips. Und ja, da bin ich jetzt wieder gut dabei. Und ja, da bin ich jetzt noch eine Reihe mit. Und ja, da bin ich jetzt noch ein paar Mal. Plötzlich. Nein. Alles klar Leute. Na, ich glaube, da bin ich zu wenig, obwohl ich jetzt versuchen kann. Weil ich könnte Punkte darauf tun, dass das Rote in zwei geteilt wird. Und ja, aber ich wollte es jetzt nicht. Das Kind. Bruh. Jetzt bin ich schon 14. 15. Okay. Okay. Ich bin dumm. 1. 2. Boah. Und also total 400 XL 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 Series ؟ Was? Yo Leute, hoffentlich hat euch Gebaut gefallen. Ich würde mich natürlich über einen positiven Like freuen. Ich werde ja öfter machen ein Video. Und hier, warte, das öffnen wir noch. Cool. Ja, Leute, eben hoffentlich hat euch der Bart gefallen. Ich würde mich natürlich so, so über einen Like freuen. Tschüss, Leute. Tschüss.